Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Rocket League zusammen mit Gary! Hallo! Wir spielen jetzt doppelt! Und ja, ich besitze ein DLC-Auto, wie man sieht. Ich habe mir jetzt nämlich alle DLCs bis auf das neueste, was jetzt da war, im Steam Herbst Sale geholt. Für 7€, ist eigentlich echt fairer Preis, finde ich. Oh, ich bin zu langsam. Aber der kommt schön. Wo? Nein, in der Nachlage. Okay. Ja, ja, ja. Ich habe einen Torschuss bekommen dafür sogar. Nein. Jetzt hat er mich umgeworfen, der Pisser. Das finde ich unfair. Das darf man nicht. Das darf man nicht! Nein. Okay. Die haben aber auch... Oh. Aber schön ist es trotzdem nicht, was sie tun, auch wenn sie gefailt haben. Oh no. Scheiße. Ich habe auch gefailt beim Drift. Oh 4, brusche. Ah, der Ball ist so behindert von der Ecke weg. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Jetzt ist unser erstes Ranked Game wieder für heute. Also nicht zu viel erwarten. Wir haben uns heute schon ein, zwei Spiele eingespielt vorher. Aber zu viel erwarten ist nie gut. Aber ich habe ihn zum Glück abgefälscht. Oh. Oh ja, geht vor. Beide ausgespielt. Da kam wieder mein Messi durch. Erst beide ausgespielt. Dann die perfekte Vorlage. Und dann der Torwart. Der verkackte Torwart. Ja, zumindest könnte ich den Erstschuss bereitigen. Oh, Sophia Bush. Oh, der geht. Oh, der kommt schön. Der kommt richtig schön. Ah, fuck it. Oh, den snack ich mir. Okay. Aber nicht ganz so schön. Oh, 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 oh. Ich glaube ich kriege ihn da. Ja, ich wollte ihn jetzt einfach nur erwischen, dass die nicht zu uns hauen. Oh. Oh. Oh, was macht der? Vorbeispringen, damit er nicht fliegen kann. Oh nein, der hat den jetzt nicht echt bekommen, mein Vol-Vol. Oh, ich versuche ihn zu erwischen. Ja, leider. Jo. Oh. Natürlich kommt da noch ein zweiter Angeschossene. Oh, ich habe ihn zum Glück beschleunigt. Oh. 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 oh mein Gott wie er ihn noch gekommen hat ey vor allem wie schön heute rückt sie immer wieder savior of the day oh der kommt der kommt schön rüber oh jetzt kommt er ja aber der wird nix vorbei oh du nein und er trifft hier natürlich wieder in der Luft gerade wo ich ansetze mir zum Sprung oh mein Gott Zentimeter zu langsam ja ich hier auch ah schade ok jetzt sollten wir uns irgendwie noch gedreht bekommen ich jo aber der ist leider wieder daneben wie immer wenn ich die Welle schieß alter wie hat er das gewacht weg mit dir und weg mit dem ja da kommt Messi durch ja man ja man da kommt Messi durch sauber Messi's back he ja das ja das musste jetzt jeder sein ich muss ja hier mein Skill beweisen auch wenn wir verlieren naja jetzt haben wir noch ne Chance ja ich verkack einfach ich verkack's einfach ist halt so ein geschenkter Ball eigentlich ne da den naja hier hab ich den verkackt er hat den eigentlich total lässig an mir vorbeigeschnippt nur oh den krieg ich nicht kannst vergessen ne ok die glaube ich ziehen uns ein bisschen ab ne wir haben doch schon ein Tor boah alter ich hab ihn auch fast gehabt hat sie aus meiner Perspektive gar nicht so ausgesehen aber zum Replay hat man gesehen dass ich das was sie hatte oh ja komm fick dich einfach fick dich alter alter ich hab dafür drei Torschütze bekommen glaube ich aber keine Gegereide geh weg warte auch nix ja ich glaub gewinnen tun wir nicht mehr ja unwahrscheinlich ja jetzt hat er einfach noch boost und ich hab wieder keinen boost mehr soll ich gefehlt jetzt klaut er mir noch einen boost und der andere springt ganz klar über mich drüber ich hab grad schon nur Pech grad ohne Mist ich hab grad echt nur Pech ne oh ne ist jetzt nicht dein Ernst ne das hätte uns zwar eh nichts mehr gebracht denk ich ne 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 naja naja so knapp brauchste 3 aber doch nicht brauchste 3 ach zelavi zelavi erste Runde verloren aber das machen wir schon noch wir gehen hier nicht mit ner Niederlage raus hoffe ich aus der ersten Folge hier direkt die wir aufnehmen das fände ich schon sehr deprimierend so direkte wieder gegen zwei Partner denke ich oh ich guck schon wieder auf Speak ja es sind zwei Partner auf Stufe Veteran oh gar nicht so schlecht aber zu weit rechts bist du da? jo sauber für den Flug hatte ich nicht genug Zeit also muss ich einen Doppelsprung durchziehen ja der hat auf jeden Fall Schwierigkeiten mit Volvos oh der kommt schön ja aber der hat ihn und ich geb mir perfekt die Vorlage oh oh shit bin drin und dann jo da war aber auch ziemlich viel Glück mit dabei dass der versprungen hat und ich dann an dem Spiel übersprungen konnte aber egal toll ist doch ne aber die Gegner jetzt beide überhaupt nicht in der Nähe sind ach komm konter konter monter und ich verkack's ich komme für Nachschuss das bleibt rechts und ich komme für den Nachschuss und ich komme für den Nachschuss und ich komme für den Nachschuss ja doll in die Gumbel damit danke ja die gehen gleich auf ne ich denke im Rank gibt man eigentlich erst so ab 4-5 Tore Stand auf ich denke 3er bei 4 Minuten ist schon noch was was dann weiterspielt ja die haben wir doch gleich auch noch ein bisschen ne ich habe ihn noch so schön reingeschubst ach komm oh ich habe wieder einen Messi Ball durchgezogen oh der kommt ne doch der kam oh sehr schön ich habe es probiert ich habe es probiert ja klar ich weiß wo ich hinspiel das ist aber auch viel Lack jetzt zu nehmen rüber Mann ich hab den Ball extra beschleunigt ach come on ja Messi style Messi style oh yeah da kommt der erste angeschossen ausgespielt und der zweite angeschossen ausgespielt haha hat es bei dir in dem Replay auch so ausgeschaut dass wir gegeneinander gesprungen jo komisch also in meinem Bildschirm waren wir nicht mal ansatzweise gegeneinander oh oh da komme ich nicht ran oh doch oh nein er ist dran geht so drauf geht so drauf geht so drauf oooohh ich trau mich nicht ich hätte es auch nicht machen sollen oooohh oh shit aber ich habe den Gegner verbracht geht gegen die Ecke oh nein Nein, ich kreff nicht. Der war hart. Schwere, bitte. Vielleicht verkacken sie es. Oh, scheiße. Sie verkacken es. Oh, ne. Fuck. Oh, so knapp, Alter. Kann doch nicht sein. Nein, ich habe vier Schüsse, vier Tore. Das nenne ich meine Bilanz. Oh, fuck. Nicht schön. Oh, kickt er mich weg, nachdem ich hier parier. Ach, come on, der Pisser. Ich wollte gerade wieder zu Messi ansetzen. Ach, komm. Weggekickt. Block. Oh, oh. Und raus damit. Gegner weggekickt. Und ange... Oh, no. Wie ich sie ihn noch erwischen. Ich habe ihn noch weggekickt und durch die... Der hat scheinbar... Ah, direkt nach dem Kick reagiert und ist dagegen gesprungen. Oh, ich wurde weggekickt. Oh. Oh. Und schön, geh du rein. Oh, oh, oh. Der hat beschleunigt. Aber damit hat sein Teampartner auch nicht gerechnet. Oh, wie er erwischt hat. Oh, ich wurde weggekickt schon wieder. Alter. Weg ist er. Der Typ regt mich auf, der kickt mich die ganze Zeit. Wenn ich klären will, kickt er mich von hinten oder von der Seite oder so. Bin leider nicht da. Weil ich immer noch irgendwo in der Ecke hing, wie du geklärt hast. Oh, nein. Nein. Aber du hast ihn zumindest gebremst. Jo. Was, der hat ihn erwischt? Aber das war auch nur Lack, dass der an der Stelle stand, ne? Geh an den Ball. Danke. Ich habe ihn erwischt. Nice. Aber nicht so schön. Ah, der kommt wieder. Oh, no. Oh, den habe ich. Ja, das zweite geht zumindest dann an uns. Nochmal nachlegen. Aber wunderbar. Wie viele Punkte hast du jetzt eigentlich bekommen? Äh, scheiße. Hab nicht auf was. Okay. Ich habe jetzt 9 bekommen. Vielleicht hängt sie mich auch immer mit dem Spieler des Spiels zusammen, wenn wir mehr Punkte bekommen. Keine Ahnung. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall steht jetzt jetzt 1-1-Sieg-Niederlageverhältnis und wir spielen jetzt nochmal gegen zwei Leute, die zusammen spielen. Und das ist jetzt das Entscheidungsspiel für die erste Folge. Mal gucken, was die Gegner zu reißen werden. Mal gucken, was die vorhin kommen? Mal gucken, was die erste Mal weg. Oh, nein. Oh, nein. Immer noch ein wenig. Oh. Ich habe mal mischt, oder? Oh. Aber ich habe immer noch, äh... Black Spud, die auch, oder? Nö. Nö. Grinch. Ah, jetzt kickt er mich natürlich an. Äh, bin zerstört? Ja, ich geh schon weg. Oh, der kommt böse. Ich. Ah, no. Der geht vorbei. Ja, aber er hat nicht richtig nichts ausgespielt. Der geht auch vorbei. Oh, Leute, was ist denn da los? Schon wieder derselbe, der dich nicht verhinkt hat. Sehr gut. Aber ich fahr das erste Mal raus aus meinem Tor, geh in den Angriff. Und dann kommt hier der Lupfer, der entscheidende. Oh, unschön. Oh, den kriegen sie nicht. Aber ich auch nicht. Aber du. Aber ich? Na, habe er auch. Oh, er auch wieder. Oh, scheiße. Ah, den hat er schön nochmal angestopft. Respekt. Schön gemacht mit dem Nachschubsen in der Luft. Aber der Nachschub. Oh, ich habe keinen Nitro. Und? Ach, komm, bitte. Nein. Du stehst auch noch im Weg. Sorry. Und ich dachte halt, naja, wenn du schon im Weg stehst, versuche ich zumindest dich noch gegen den Ball zu schlagen. Hat aber auch nicht geklappt. Da habe ich dein Freund zumindest auch mal gesprengt. So schön. Ich dachte, der nimmt neben und wollte ihn blocken. Ja, und der Gegner hat sich gedacht, du kriegst ihn und ist abgedreht. Genau. Boah, Leute. Ja, zumindest bis jetzt wieder hinten. Ja, ganz genau. Genau. Oh, ich habe jetzt auch lags. So. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt los ist. Boah. Oh, sehr gut. Haben die auch geflogen. Ja. Haha. Nice one. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber... Schön. Keine Ahnung, mein Ping ist in Ordnung momentan, aber es ist ganz leicht laggy. Äh, mein Ping ist auch 24 und ich habe auch lags. Also... Ich glaube, es sind ganz sauer lags. Einfach. Ja. Das ist jetzt CD für die Aufnahme, oder? Ja. Warum? Ja, das sollte das Spiel. Ja, warum? Den Zweifelsfall mal rausgehen, ich habe das jetzt... Habe das jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass er danach geupdatet hat. Oh. Oh. Schleimspur. Schau die Schleim an, ey, sieht schon cool aus, als er an der Wand nicht lang fliegt. Ich hole ihn hier. Ohhhh, wie scheiße kommt der denn? Daneben Ah, schön Nutzt den Gegner zum Kieren Könnt der jetzt mal bitte aufhören die ganze Zeit sich in meinen Schuss reinzustellen Jetzt kommt der andere natürlich ums Eckgeschissen Oh, ich fahr zum Tor Ja, ich fliege es, wenn ich meinen Falle ziehe damit ich sie verwirre Aber unser Laust damit Daneben Leo Wieder daneben Dank mir Wieder daneben Nein Ich bin weggekickt Scheiße Ich hätte ihn gehabt, theoretisch glaube ich Jetzt wird es doch nochmal knapp Und dann kam leider einer von hinten und hat mich noch aus dem Tor rausgekickt Oh, der ist ja bei denen drüben Ich dachte, der hängt ja in der Mitte Ich habe ihn nicht ganz kontrolliert bekommen Der war ein bisschen schnell dafür Der war ein bisschen schnell dafür Jo Aber den kriege ich Oh, aber ich habe ihn zu schlürt Natürlich blockt er den Toe hinweg Alles safe Gib mir doch den Schutz Egal 12 habe ich jetzt bekommen Ich 10 Und ich bin wertvollst, okay, dann hängt nicht damit zusammen Ich würde sagen, die Gesamtrunde geht somit auch wieder auf den Sieg aus Wir starten das Spiel einmal kurz vor der nächsten Folge nochmal neu Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer weiteren Folge von Rocket Leech oder whatever Und das war Servus und Ciao W rock